Ähm... Germany? Okay! Hallo, mein Name ist Omar. Ich bin Student. Ich komme aus Kasachstan. Ich bin kein Deutscher, aber ich kenne Deutsch. Ich will es. Ich liebe Deutschland. Das Haus wird renoviert. Das Wetter ist heute Hass. Das ist mein Hasse. Ich bügle mein Hemd. Ich möchte nach Deutschland gehen. Ich habe meine Kopfhücher kaputt gemacht. Ich esse Obst. Das ist für dich. Sind Sie abonniert? Nee?